So, gleich geht's los. Ich will eine kurze Einführung machen. Hier in diesem Raum, in dieser Ausstellung, sind zwei Male. Das ist mein Freund an meiner Seite. Außer ich stelle hier vorne, auch das sind meine Bilder. Und da oben habe ich so dreieckige Farbsägel. Die entsprechen vom Stil her meiner Musik. Ab traktorfreien Malerei, ab traktorfreien Klänge. Und ich mache zum Beispiel speziell zu diesen Klängen, zu diesen Klangfarben mit der elektrischen Gitarre, was zum Teil kombiniert wird mit Rhythmen. Ich freue mich vom Buch an meine Studie. Da kann das Ding los. Das ist die Klangfarben. Das ist die Klangfarben, die in die Schulz des Hauptsens where die Extremikfarben bergeflogen ist. poop wird nicht ausgefragt. Aber dann gehört es noch mal. Und wir brauchen zu diesen Klangfarben. Wir müssen die Kacheln etwas verletzen. Und wir müssen das fertig. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020